Ich habe meinen Teil der Vertragsbedingungen erfüllt. Jetzt sind Sie dran. Und damit das klar ist, ich bestehe auf meinen Anspruch. Außerdem hauche ich nicht. Hey Jackie, du siehst wunderbar aus. Ich nehme Brandy H. Na bitte, das hört man gerne. Ein Brandy, scheiß Brandy. Ich nehme auch einen. Hast du irgendwas, Jackie? Bekomme ich jetzt bitte einen Brandy H? Sag's ihm schon. Sag mir was. Jackie. Hey, bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Wieso? Worum geht's? Wir bekamen eben einen Anruf, kurz bevor wir aus dem Haus gegangen sind. Wer und? Der Anruf kam aus London. Er ist unwiderruflich im Ruhestand. Moment mal, Lies. Also nochmal. Ganz von Anfang an. Ich bekomme einen Anruf. Das Telefon klingelt. Es geht um den Job. Ja. Und die wollen mich. Ja. Dann macht es mir am meisten Spaß, weil dann kann ich irgendwie loslassen. Und ich bin eh ein... Das Telefon klingelt. Doch! Don't wish I could forget the past We meet with you again We meet with you again